Es war eine Megaparty, die ihresgleichen sucht. Zum 70. Thronjubiläum der Queen gab das Vereinte Königreich am Samstag vor dem Buckingham Palace alles, was es hat. Zugegen waren neben VertreterInnen der königlichen Familie 22.000 bürgerliche ZuschauerInnen. Nicht anwesend Elisabeth II. selbst. Die 96-jährige Königin war nur in einem Video ein Spieler zu sehen. Das anwesende Volk trotzdem restlos begeistert. Einfach toll. Die Stimmung war der Wahnsinn. Es ist einfach toll, hier zu sein. Ich habe erst Dienstag gebucht, bin gestern Abend hierher geflogen. Ich hätte nicht damit gerechnet, hier zu sein, aber ich hätte einfach nirgendwo anders sein können. Die Liveshow sei unglaublich gewesen zu dieser Brite, dazu Symbole wie der Corgi und das Pferd, beides Lieblingstiere der Queen, die in die Luft gemalt wurden. So etwas habe er noch nie gesehen, einfach und schlagbar. Die Show war der Höhepunkt der viertägigen Jubiläumsfeier. Elisabeth II. regiert so lange wie keine andere britische Königin oder kein anderer König zuvor. Die Schrift. Die Schrift.